Ah, ist es nicht schön. Willkommen zurück hier bei Harry Potter. Alter, es ist viel zu laut, ey. Ich habe das schon beim letzten Mal festgestellt, dass der Ton einfach viel zu laut ist. Nee. Ich lasse das jetzt so. Ist immer noch so laut. Ah, egal. Wird schon passen. So, wir sind jetzt hier in Hoogsmeade. Ist gut am Schneiden hier. Also auf jeden Fall kein Deutschlandwetter. Vor allem hier so dick am Schneiden und dann nur so ein paar Flocken hier. Was ist das für ein Scheißkopf, ey? Und kaum sind wir da. Was ist jetzt los? Guck mal, direkt der Alarm. Ist da. Guck mal, oben los, ey. Hier gut am Zünden. Was ist hier die Katzenjammer? Haben sie hier YouTube-Videos geguckt. What the fuck? Du hast gesnapet, Junge. Der geht halt in Deckung, ey. Nein. Ah, hier bist du ins Target genommen. Kann ich mich nicht hinter dem... Du bist durch Target, Junge. Hier. Ist das hier die Live-Garde von Snape, oder was? Ah, bist du down, Junge. Bist du... Was? Geh down. Oh, nimm dich von ihren Zaubern in Acht. Oh, ich kann nicht in Deckung gehen, du Fleischlampe, ey. Alter, ich bin größer als du halt die Fresse, ey. Zack im Nahkamm. Oh, in Deckung jetzt hier. Und jetzt geht hier... Oh. Hä? Wo ist die denn? Ah, da. Junge, schreckt Birn hoch. Ah, was trägst du hier? Ja, hinter deinen kleinen Holzzaun da. Aha. Kommt mir angerusht. Kommst klar hier. C-O-D, Junge. Ich will meine UAV haben. Zack. Bam. Double Kill. Krasser Shit hier. Boah, wenn die in Bewegung sind, kannst du die nicht treffen, ey. Spacklos, ey. Boah, zack. Die E-Mail-Hilfe nervt ein bisschen. Hier. Da ist ja immer so direkt auf den fixiert. Das nervt voll. Na, was willst du, hä? Komm her, du scheiß Schocko. Ah, ja. Oh, jetzt ist der hinter dem scheiß Zaun schon wieder. Guck, die Birnen hoch. Zack. Ah, da ist ein Tod, ey. Ganz klar. Was, 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 was das denn für ein Move? Expelliarmus. Kann ich. Oh, lol. Ah, das ist wohl der Sniper, ne? Bam. Los. Bam. Geil. Ich kann jetzt snipen. War das überhaupt der Sniper? Ich hab keine Ahnung. War auf jeden Fall der krasse Wegbämm in the Books-Zauber. Books-Hude. Wo müssen wir lang? Da ist ein Zaun. So ein Tor. Ja, Leute. Ein bisschen hin, ne? Wir müssen, ne? So. Geht denn auf? Alohomora. Warum müssen wir jetzt... Jetzt kommen die bestimmt wieder von hinten. Pass auf. Pass auf. Oh, ne. Oder nicht. Weißt du, da gehst du wieder von dem Offensichtigsten aus und dann passiert das nicht. Jetzt kommen sie aber. Hier ist schon... Hier ist schon wieder Deckung. Guck, die gehen schon hier in Deckung. Ei, da ist der Masterlord. Da ist der Masterlord, ey. Ei, ei, ei. Boss. Da ist der Boss. Boah, lol. Bäm. Alter. Was willst du hier, hä? Erst bist Expelliarmus und dann kriegst du ja... Oh, lol. Damit kann ich hier den hier, äh... Schild durchdringen. Aber was halt hier für Noobs, ey? Kein Schutzzauber. Bäm. Zack. Kriegst noch ein paar hinten drauf hier. Zack. Mann, ey, das wird auch voll schlecht, ey. Warum kann Ron bessere Zauber als ich? Der ist viel schlechter. Schreck die Birne hoch. Bam. Alter, wenn du Expelliarmus auch bekommst, liegst du auf der Fresse. Da kannst du nix dran machen. Schreck die Birne hoch, du Feigling. Geht doch. Ja, ich mach ja auch hier die ganze Arbeit. Ihr macht ja hier nix, ey. Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Zack. Ja, ist ein Tod, ey. Was in der Kombo, ey. Krieg ich doch immer extra Punkte? Nee. Wir müssen zum Honigtopf. Pass auf. Jetzt, jetzt kommt es. Pass auf. Jetzt, jetzt kommt es hier. Pass auf. Da, da muss schon... Ron steht schon so... Wo sind sie? Aha. Boah, dann... Weißt du, das ist so... Wie ist sie hier mit dem Spiel? Da denkst du, die kommen, da kommen sie nicht. Ey, ist zum Kotzen hier. Junge, du trinkst keinen Tropfen Alkohol. Das ist nicht der Moment für... Gell, Ron, trink mal lieber eine Pepsi oder so. Oder stilles Wasser. Ei, hier drüber, komm. Alter, ist das dein Ernst? Was ist das denn? Alter. Das kann man aufdrücken! Verdammte Schreie. Ist die doof im Kopf. Jetzt gehst du auch ein halber Muggel. Alter, Snape ist der beste Junge. Was willst du eigentlich? Der hat uns die ganze Jahre über gerettet. So eine Scheiße. Seht. Ich hab Tab gedrückt. Oh. Ja, sicher. Pass auf. Zack. Es geht hier gesniped. Alter. Es gibt keinen Kommen, Potter. Alter. Alter. Krieg ich mal einen Sniper-Tower, bitte? Hält dann noch einen aus? Wir halten ganz schön viel aus. Das ist nicht gut. Und du? Noch ein paar, würde ich sagen. Watt. Verwende Protego. Ja, ist mir schon klar. Hab ich noch gemacht. Ja, zack. Jetzt kommt die hier. Zeig. Expelliarmus. Zack. Und dann bin ich weg. Alter. Watt, wir tritt. Zwiegrus Totalus, Junge. Halt, schniss. Ja, hier. Friss das. Da hast du deinen dunklen Lord. Der dunkle Lord ist ein Marsriegel. Du, der dunkle Lord? Der sitzt bei mir am Klo. Hallo, ich bin doch da. Wo bist du, ha? Ihr könnt Erstklässler zaubern. Echt gut. Catlitch. Oh. Headshot. Alter. Du hast einen Headshot abbekommen. Alter, what the fuck? Ich bin gleich down. Wie viel haltet ihr bitte aus? Aha. Äh! Alter, die waren aber gerade nicht da. Die sind gerade gespawnt vor mir. Willst du mich verarschen? Alter, das Spiel ist so scheiße, ne? Das ist einfach so scheiße. Zieh mal da oben auf der Straße. Da kommt noch mehr. Ah, kommt. Wir finden wohl kein Versteck mehr. Oh, Junge. Ich finde ein Versteck. Das ist die Lose meiner Hose. Aha, weg ist'n. Ist vor allem voll, das Game für Kinder. Das Game ist ab zwölf Jahren freigegeben. Na gut, wahrscheinlich, weil es keinen Goro oder keinen Du zu sehen gibt. Zack. Und jetzt den Rest geben. Ah. Leichen könnten ruhig mal liegen bleiben. Sehr lustig. Komm her, du. Scheißbocko. Zack. Hier. Ich bin dabei. Alter, man hat ja gerade einen auf der Waldstelle gemacht. So. Noch einer. Da. Ich sehe da noch mal einen. Reisen weg. Wartet. Weiter geht das. Müssen wir da rein? Man guckt so auf das Haus. Alter, what? Ist gut. Alter, 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 alter. Hogwarts ist von Nazis besetzt. Da kannst du sagen, was du willst. Alter. Junge, ich stehe vor dir. Siehst du die Narbe nicht? Wer sollt nicht sonst sein? Michael Jackson oder was? Oh ne. Zack. Krieg ich mal ein neues Zauber. Ich hatte das Gefühl, Exendiamus macht überhaupt keinen Schaden. Ich habe voll den Geil. Deine HP Regeneration. Zack. Gespeichert, Junge. Gespeichert. Krass. Wann kommen wir jetzt zum Dumbledore, seinem Bruder? Oh, gespoilert. Wie schade. Das ist schon doof, ne? Am Ende stoppt Snape. Haha, gespoilert. Du eine Katze. Selber schuld. So, wir gehen mal in diesen... Ja. Was? Junge. Reactions. Das sind die Plays. EU West, Junge. L-S-L-S-C. ESL Harry Potter. Also, wenn das Game hier nicht ESL wird, dann weiß ich auch nicht. Was ist denn das... Was ist das für ein ranziges Haus, ey? Hier ist das hier. Gibt mir mal die scheiß Kiste auf. Alohomora, Bitch. Wenn die schon so eine... Pass auf. Es wird getriggert, sobald ich über diese Treppenflug gegangen bin. Ha! Hab's gesagt. Hab's gesagt. Sie sind im Musikpavillon. Mach mal so ein bisschen Musik. Zack. Joa, schnell down. Machen wir Musik, Junge. Hier, zack. Lalalalala. Ich liebe das wie vom Tod. Junge. Pussy. Zack. Ich sag ganz im Ernst. Was hat sich Electronic Arts bei einem Harry Potter-Spiel gedacht? Der Machen ist noch langweiliger als Call of Duty. Ich mein, bei Call of Duty kannst du ja wenigstens noch ein bisschen rumlaufen und sich bewegen, ne? Und sowas. Oder mal eine Sniper benutzen oder mal mit einer A230. Aber hier, hier hängst du permanent hinter der Mauer. Und einfach nur so. Zack. Ich muss wieder warten. Wenn ich irgendeinen sehe. Irgendeiner ist nämlich noch da, oder? Ah ne, die gehen rum. Dann ist keiner mehr da. Ron ist doch nicht... Jetzt mal ganz im Ernst. Als ob der Sir Rupert Grünel größer ist als Daniel Radcliffe. Selbst Emma Watson ist... Alter, die ist fast größer. Das ist nur ungefähr gleich groß. So, kommen wir jetzt hier... Naja, klar. Perfekt nicht mehr. Wir verternen jene Strasse, die wir benutzen wollen. Blimm dich hinab! No, no. Bam. Wartet. Irgendwo ist noch einer. Hä? Das ist er! Schnapp dich! Im Nahkampf. Ach. Danke, danke. Pass auf. Jetzt gehen wir wieder in das Haus rein. Da ist wieder auch nichts drin. Da komm ich auf der anderen Seite raus. Müssen wir wieder jetzt selber machen. Ist das eine Scheiße. Guck. Komm mal raus. Und da hinten sehe ich schon wieder, wo wir kämpfen müssen. Ah, ja, ja. Oh, Gegner. Okay, dann kommen sie von der anderen Seite. Ah ne, die kommen da jetzt wieder raus. Aus dem Haus. Achtung. Und... Ach ne, da musst du jetzt so zaubern. Okay, also los, kommt. Ja, weil das eben ja die ganze Zeit nicht ging, ne? Zack. Aber sieh mal diese bestimmte Anzahl an Gegnern. Ganz im Ernst, in dem Spiel ist mehr gescriptet als bei den RTL-Nachmittags-Shows. Der dunkle Lord ist voller lebendig. Nicht leicht, aber es scheint zu klappen. Ja. Das klappt erst, wenn ich diese bestimmte Anzahl an Gegnern gesiegt habe. Sie ist fast aufgeschluckt. Ja, ja. Zack. Alter, ist echt immer das gleiche. Und das wird das ganze Spiel wahrscheinlich so gehen. Oh, ich hoffe... Ich weiß gar nicht mehr. Es gibt ja dieses große Duell zwischen Macronicle und Snape. Ey, wenn ich das spielen kann, das wäre noch ganz geil. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, hast ja auch nicht ewig ke... Ah, nochmal eine Dinge, so wie wir gegen Leute kämpfen. Warum? Wir sind fast da. Und jetzt kommen noch mal Gegner. Da sind sie schon wieder. Ihrer scheiß schwarzen Kackwolke. Was sind das? Halt steh! Hab der jetzt nebernster Todesser als Wachleute eingestellt? Uh, der dunkle Lord muss ja nur... Er weiß ja schon mal, dass er... Junge, Schutzschild weg. Was steht da unten? Verteidige, markiere... Hab ich nur in Storwahn? Oh, in der Markthalle. Zapp. Hä? Alter, ich kann nicht laufen. Mann! Ist ja langsam, ey. Hier wieder Auto-Aim. Zack. Ja, ihr macht ja nichts. Ich bin ja der Einzige, der hier was macht. Zack, bis mal. Kriegt mir auch mal einen Sniper-Zauber, ey. Oder so einen MG-Zauber. Oh, da kommt hier wieder der Boss-Gegner. Zack. Da ist noch einer, das weiß ich. Kriegt die Birne hoch. Die Dementoren kommen. Ja, Expecto Patronum, Junge. Junge, Expecto Patronum. Junge, Expecto Patronum. Oh. Oh. Da sind die Staubsauger weg. Wow, da ist der Weihnachtsmann. Alter. Ihr Dunkelköpfe. Was habt ihr euch dabei gedacht, hierher zu kommen? Sie sind Lennrefort. Sie sind Dumbledore. Der hört sich im Film viel netter an. Alter, der ist gar nicht so böse. Ihr Bruder hat uns eine Aufgabe gegeben. War im Film voll nett. Oh, die Scheiße. Oh, ein bisschen Drexona vertragen, Junge. Bisschen, bisschen hier, ne? Okay, Netfusion. Müsste da nicht Neville aus dem Bild rauskommen, wie im Film? Aber nee. Kommt jetzt die geile Szene, wo Snape da sitzt, auf seinem Thron. Nee. Wo ist Neville, Alter? Ah, da. Ich wusste, du kommst. Der Raum der Wünsche. Alter, Neville hat so den scheiß Pulli an. Es wimmelt hier nur so von Todessern und Dementoren. Wie schlimm ist es, Neville? Mit Snape als Schulleiter. Hab ihn kaum gesehen. Man muss sich vor den Keros in Acht nehmen. Keros. Sie sind zuständig für Disziplin. Geil. Die Kreitgärte. Ich sage dem anderen Bescheid, dass Harry zurück ist. Gut. Wie lautet der Plan, Harry? Hier im Schloss ist was versteckt, das mit Ravenclaw zu tun hat. Was war das für ein Mongo im Hintergrund, ey? Es könnte uns helfen, du weißt schon, wen zu besiegen. Willst du hier mit Bild mit reinspielen? Ey, geh mal weg, du schwarz. Ah, hey, Luna Lovegood, ey, ja. Oh. Harry, Snape weiß, dass du in Hogsmeade warst. Bang, 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 bang. Ah, Snape. Ich habe erfahren, dass Harry Potter in Hogsmeade gesehen wurde. Ah, ja, klar. Wir haben Verteidigungsstrategien entwickelt. Was hat er? Was hat er von Mongo, ey? Der Flitwick, der Scheiß, Mr. Pringles da unten, ey. Wie es scheint, haben Sie ein Sicherheitsproblem. Und ich fürchte, es ist wirklich gravierend, Herr Direktor. Wie können Sie es wagen, Dumbledores Platz einzunehmen? Sagen Sie ihm, wie Sie ihm in die Augen gesehen und ihn am Hodel haben. Sagen Sie es! Und jetzt geht es los, ey. Wer bist du denn, ey? Du siehst aus, wie er so ein Poler. Was hat er für eine Gestalt? Das ist doch keine Frau. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich kann irgendwo Deckung gehen. Doch, hier. Habe ich noch einen anderen Zauber? Oh, kriege ich nicht. Zack. Kann ich auf Snape zielen? Ne. Das war seine Leib gerade da besiegen. Ich denke, wir sollten Gryffindor ein paar Punkte abziehen. Halt die Presse. Wer bist du eigentlich? Ach, ist das nicht die eine? Die, äh... Hier, die Mutter von Marifoy. Hau es doch mal ab. Damn. Alter. Ah, das muss ich aber wirklich. Richtig auf. Bam. Du bist auch down. Alter. Geh in deine Deckung zurück. Fucko. Hallo von Unrealistisch. Eigentlich kämpft Harry gar nicht gegen Snape und seine Typen. Weil McGonagall den ja wegschiebt und dann macht die das. Was soll das, Potter? Oh, der ist down. Halt die Fresse. Geh mal wieder ein bisschen... Keine Ahnung. Deine Tage haben oder so. Also, du bist nicht mal eine Frau. Alter, weil sie auf Augen... Oh, schön ein Abseil, ne. Und dann... Zack. Und jetzt Snape. Jetzt komm, one on one. One on one, bitch. Oh, du bist so die Pussy, Alter. Stellen Sie sich dem dunklen Lord nicht in den Weg, Minelda. Moment mal, hab ich... Oh, Harry. Ich kümmere mich um Professor Spiele. Darf ich? Bitte. Ich will. Ja, ich darf die olle Bitch spielen. Jetzt geht los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Expulso. Bam. Oh, du Pussy, Alter. Ah, da ist der MG-Zor. Ah, die ist viel genauer. Willst du mich komplett verarschen? Was ist das denn für eine Scheiß? Alter. Das ist mir überhaupt nicht wie ein Film. Äh, muss ich jetzt gegen die Schüler kämpfen? What the fuck? Ich krieg dir den MG-Zauber ab, Junge. Wo wirst du hin? Alter, was? Hören Sie auf. Der Junge braucht keinen Zuspruch von Minelda. Er hat immer nur Ernst an den Kopf. Ich denke, genug ist genug. Nicht klar. Oh, komm her. Oh? Du Pussy. Alter, wie oft denn noch? Es ist noch nicht zu spät für Sie, Nerder. Geben Sie mir den Jungen. Harry Potter steht unter meinem Schutz. Oh, jetzt komm. Jetzt wirst du dauernd. Junge. Jetzt haut ihn ab. Jetzt pass auf, jetzt haut ihn ab. Jetzt macht ihn ein... Da, zack hier. Macht er hier. Awadaka-Glaso. Da ist er weg. Wie es scheint, ist unser Schulleiter verschwunden. Tja. War aber gut einziehen lassen. Gebt mir Harry Potter. Und ich, Voldemort, lasse Hogwarts unversehrt. Gebt mir Harry Potter. Und ihr werdet belohnt werden. Bitte tot. Ich denke, es gibt einen Grund, warum Sie zurückgekommen sind, Mr. Potter. Was brauchen Sie? Zeit. Zeit, um das Diadem von Ravenclaw zu finden. Tun Sie, was Sie tun müssen. Wir sich an das Schloss. Longbottom, Miss Weasley, Finnegan. Ich habe Arbeit für Sie. Sie wissen sicher, dass wir, du weißt schon wen, nicht daran hindern können, herzukommen. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht aufhalten können. Mr. Pringles und die Olle. Warte, es wird an Lokomotive. Was ist in Gefahr? Bewachen Sie die Grenzen und beschützen Sie uns. Protego Maxima. Wow. So eine Umweltkuppel bei den Simpsons. Es spielt keine Rolle, ob wir die Horcruxe finden. Es sei denn, wir können sie zerstören. Du hast Riddles Tagebuch mit einem Basiliskenzahn zerstört. Und wir wissen, wo wir ihn finden können, oder? Wir gehen in die Kammer des Schreckens. Alter, der Teil ist doch schon längst verrottet. Okay, ich bin die Seite des Umtreibers mit. Dann könnt ihr mich finden. Willst du mich verarschen? Das ist schon... Wie lange ist der siebte Teil? Fünf Jahre ist das... Ach, sechs. Fünf, sechs Jahre ist das schon her. Und ich denke ernsthaft, dieser Körper wird nicht abgestorben. Willst du mich verarschen? Nicht euer Ernst, ne? Ich bin im scheiß Abfluss. Von Trier. Hier. Scheiß Kanal. Oh, ich weiß noch. Ich weiß ganz genau, was gleich kommt. Hier kommen gleich so scheiß Ratten. Oder so scheiß komische Viecher, die einen angreifen. Oder so Schlangen. Oder Spinnen. Ich weiß nicht mehr, warte da. Irgendwelche scheiß Viecher kommen an. Das ist nämlich jetzt. Ich laufe die ganze Zeit durch. Und da kommen halt diese Viecher, ne? Aber das sehen wir erst im nächsten Part. Denn wir haben 25 Minuten rum. So gut wie. Und, naja. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in der Kammer des Schränkens und schauen, was wir so anrichten können. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.